Hallo zusammen, wir machen heute das nächste Workout mit dem Thera-Band. Und wir beginnen mit dem Stehen. Nehmt euer Band kurz, dann den rechten Arm auf die Seite, den linken an die Schulter, also die Hand an die Schulter. Achtet darauf, dass euer Ellbogen oben bleibt und jetzt ziehen wir, so dass die Hand zur anderen Schulter kommt. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Okay, seit ihr wechselt. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, super. Stellt euch euer Band drauf und nehmt das Band so in die Hand, damit das Band leicht bespannt ist. Wir kommen jetzt über die Seite nach oben, so weit wie ihr hochkommt, ohne dass ihr irgendwie mit dem Körper mitgeht. Versucht hier gerade zu bleiben, nur der Arm geht nach oben. Eins, zwei, ach ja und natürlich Bauch fest, Po fest, Beckenboden fest, ja. So, ich glaube wir sind jetzt bei fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut, andere Seite. Gut, das Band ist wieder leicht gespannt und wir starten mit der zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, zwei, eins. Okay, nehmt das Band wieder in die erste Hand, wir stehen noch mal drauf. So, nehmen jetzt den Arm hinter den Kopf, fixieren den Ellbogen mit der anderen Hand und kommen jetzt von hinten nach oben. Eins, zwei und natürlich wieder Bauch, Po, Beckenboden fest und vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut, die andere Seite, gut, die andere Seite. So, warte, ich muss noch einmal rumwickeln. So, wieder fixieren, den Ellbogen, Bauchpo fest und zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, gut. Dann, was machen wir als nächstes? Wir nehmen mal das Band unter die Schulterblätter, sodass wir das Band jetzt quasi unter den Oberarmen haben und wir gehen jetzt, stehen ein bisschen breiter, Fußspitzen zeigen nach außen und wir kommen jetzt in einen sogenannten Squat, das heißt, wir gehen nach unten und bleiben aber gerade, das heißt, der Po bleibt drinnen, ja, und die Knie gehen nach vorne, ungefähr so. Okay, dabei kommt das Band vorne zusammen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, wir bleiben hier, nehmen die Arme zusammen und kommen zehnmal nach oben. So, ich stelle mich ein bisschen schräg. Okay, und eins, zwei, achte drauf, dass die Ellbogen zubleiben. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, sehr schön. Dann brauchen wir natürlich auch noch was für unseren Trizeps. Wir nehmen das Band ungefähr in dieser Länge und kommen damit hinter den Rücken, sodass das so aussieht. Und jetzt gehen wir in den Ausfallschritt. So, damit wir auch gleich was für unsere Beine tun. Und ziehen jetzt das Band oben und unten auseinander und gleichzeitig gehen wir mit dem hinteren Knie nach unten. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut, Seite wechseln. Andere Seite und zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. So, das Band lassen wir gerade so wie es ist. Kommen damit nach oben und drehen uns mal nach rechts und links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, wir gehen nach unten, diagonal hoch und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, okay, gut, von hier aus können wir auch noch tatsächlich diagonal gehen. Und zwei, drei und auch hier gehen wir wieder nach unten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, dann nehmen wir das Band nach oben und gehen in die Diagonale. Zwei, drei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, ich glaube, jetzt versagt gerade mein CD-Player. Moment. So, jetzt habe ich ein CD in meinen PC reingelegt. Gut, wir sind hier gewesen und kommen jetzt mit dem Band nach oben. Ihr habt einen leichten Zug drauf und streckt die Arme aus und schaut jetzt an den Himmel, an die Decke. Okay, und beugt euch dabei quasi leicht nach hinten, sodass das Band hinter dem Kopf ist. Okay. Dann nehmen wir das Band nach unten, wieder nach oben. Und jetzt kommen wir am Körper entlang, nach unten, nach vorne, wenn es geht, mit gestreckten Beinen. Und wieder den Himmel anschauen. Nach hinten, nach oben, und ein bisschen weiter nach unten. Und dann wieder mit gestreckten Armen und Beinen nach oben kommen. An die Decke schauen, nach unten, nach oben. Und noch ein bisschen weiter nach unten. Und wir gehen hoch, ab, hoch, ganz nach unten. Und an die Decke schauen, nach unten, nach oben, ganz nach unten. Und wieder die Decke anschauen. Noch zweimal. Ein letztes Mal. Und wieder nach unten, nach oben, und nach unten, hoch und ab. So, jetzt hat es an der Tür geklingelt, ich muss leider schon wieder unterbrechen.